Hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt. Wir zeigen heute Übungen gegen Knieschmerzen und die Übungen, die ich zeige, die haben immer etwas auch mit einer Vorbereitung der Muskulatur zu tun, denn einfach nur Übungen zu machen alleine, das ist eigentlich zu wenig. Das habe ich auch schon in vielen anderen Videos vorher erklärt. Ich habe hier die Sarah heute und die Sarah ist mir dabei behilflich, dass wir dir zeigen können, was du tun kannst, um deine Knieschmerzen loszuwerden. Das, was die Sarah hier gerade macht, das ist das eigentliche Problem, nämlich das Sitzen. Und dieses Sitzen, das machen wir seit 200 Jahren und durch dieses Sitzen haben wir alle und vor allem auch während unserer Schulzeit uns natürlich verkürzte Muskeln zugezogen. Das heißt, unser Körper hat sich dieser Haltung angepasst. Vor 200 Jahren, da hatten wir noch keine Stühle, da haben wir eben nicht auf Stühlen gesessen, sondern da haben wir in Naturhocke gehockt, so wie das auch viele Naturvölker auch noch tun. Sarah mal bitte zeigen, wie denn die Naturhocke geht. Das heißt, aufstehen, Schritt nach vorne machen und dann einfach mit den Fersen auf dem Boden runtergehen. Und früher haben die Menschen so in dieser Naturhocke gehockt. Das heißt, sie haben ihre Rückenmuskeln gedehnt, sie haben den Hüftbeuger gedehnt. Der ist ja auch gedehnt, weil sich hier hinten eben kein Hohlkreuz bildet, sondern eben ein runder Rücken. Die Oberschenkelmuskulatur, die ja über das Knie hier vorne läuft, war gedehnt und die Wadenmuskulatur war gedehnt. Und das ist das, was wir durch das Sitzen auf solchen Möbeln eben verlernt haben. Und wir müssen uns immer bewusst werden, wenn wir eine Übung machen, dass wir den Urzustand wieder herstellen und dass wir diese Verkürzung, die dieses Möbelstück gemacht hat, dass wir das wieder wegbekommen. Das Wichtigste am Anfang, danke Sarah, ist, dass wir die Muskulatur vorbereiten. Wir müssen sie nämlich dehnbar machen, um sie wieder auf Länge bringen zu können. Die Dehnung, die dann folgt, das ist ja nur Schritt zwei. Das Wichtige ist, die Muskulatur vorzubereiten, dass sie die Dehnung zulässt. Und da haben wir jetzt im Bereich des Kniegelenkes, um das es ja heute geht, verschiedene Muskeln. Der wichtigste Muskel sicher ist sicher der vordere Oberschenkelmuskel. Der läuft hier oben vom Becken einmal hier drüber. Ich habe hier so ein Band, da kann ich das mal zeigen. Läuft im Prinzip hier vom Becken durch den Oberschenkel übers Knie und setzt hier vorne an. Der zweite Muskel, der sehr, sehr wichtig ist, ist hier der innere Oberschenkelmuskel. Vielleicht das Bein ein bisschen leicht nach außen nehmen. Der liegt hier auf der Innenseite und läuft hier bis auf die Unterseite des Kniegelenkes. Dann gibt es noch weitere Muskeln, die hier dann vom Becken auch oben bis auf die Innenseite laufen. Und es gibt natürlich auf der Außenseite noch Muskeln. Und natürlich, und das wird gerne vergessen in seinem Knie, die Wadenmuskulatur, zumindest der große, lange Wadenmuskel, der läuft hier auch bis oberhalb des Kniegelenkes und auch der muss manchmal mitbehandelt werden. Einer der ganz entscheidenden Muskeln für den Knieschmerz ist dann schließlich noch der Adduktor, also die inneren Muskeln, die hier auf der Innenseite liegen. Das wird jedem sofort klar, wenn man einen jungen Fußballer sieht. Die haben O-Beine und die haben die O-Beine ja deshalb, weil sie eine wahnsinnige Spannung auf der Innenseite des Oberschenkels haben und dadurch eben das Knie hier auf der Innenseite zusammengepresst wird. Und das führt dann eben auch bei vielen jungen Fußballern schon zu Meniskusproblemen, Knieproblemen, obwohl sie ja eigentlich von ihrem Alter noch keine Probleme haben sollten. Ja, dann starten wir mit der ersten Übung. Sarah, bitte mal auf den Rücken legen. Okay, super. Okay, dann hier die Beine so ein bisschen stehen lassen, genau. Und dann haben wir hier die zwei Hüftstachel, die hier herausstehen und etwas darunter von der Seite hineindrücken. Da sind schmerzhafte Punkte. Sarah, mal bitte da hindrücken. Diese Punkte einfach dort etwas unterhalb des Hüftstachels so lange drücken, bis der Schmerz dort besser wird. Natürlich wird er nicht ganz vergehen, aber man wird selber, und du wirst selber feststellen, da wird es ziemlich wehtun an dieser Stelle, wenn du da zum ersten Mal hindrückst. Damit sorgst du dafür, dass der Oberschenkelmuskel hier vorne dehnbar gemacht wird. So, der zweite Muskel, den wir dehnen müssen, das ist im Prinzip auch ein Muskel hier vorne. Dafür müssen wir hier oben etwas knapp unterhalb dieses Hüftstachels selber drücken. Da kann man auch mit der Fingerspitze draufdrücken. Das ist genau hier ganz knapp oberhalb dieses Hüftstachels. Da kann man auch so eine Faszienkugel zum Beispiel nehmen, mit der man da draufdrückt, wirf mal eine her. Man kann hier so eine Kugel nehmen und kann dann hier mit der Kugel auch hier vorne sich diese Stellen da massieren. Das ist vor allem für den Muskel notwendig, der hier auf die Innenseite des Kniegelenkes läuft. Warum geht so ein Knie überhaupt kaputt? Warum bekommen wir überhaupt Knieprobleme? Der Grund für die Knieprobleme, der liegt in der verkürzten Muskulatur und im Bereich des Kniegelenkes glauben ja viele Menschen, dass die Bewegung besonders wichtig ist. Es ist aber so, dass sich an einer bestimmten Stelle dieser Knorpel hier besonders stark abnutzt. Und das ist eine Stellung, die ist relativ strecknah. Also ungefähr an dieser Stelle wird es für das Knie sehr, sehr eng und das liegt eben auch an einem Muskel, der hier einmal so schräg hinüberläuft. Und dieser Musculus Sartorius, der führt dazu, dass in dieser Stellung das Knie eben sehr, sehr eng wird. Das ist in der vollen Streckstellung wieder besser und ist auch in der Beugung wieder besser. Und genau bei dem Überschreiten dieser Stelle hier, genau da kommt es durch diesen Muskel zu einem besonders starken Druck auf den Knorpel und dieser Knorpel schilfert sich dort an dieser Stelle ab. Deshalb machen auch die Orthopäden in der Regel ein Röntgenbild in einer sogenannten Rosenbergaufnahme. Da wird nämlich das Knie nicht einfach gerade liegend von vorne fotografiert, sondern das Knie wird mit einer leichten Beugestellung fotografiert. Dann sieht man nämlich, wenn man es im Stehen machen würde, dass an dieser Stelle gar kein Knorpel mehr ist. Das ist immer diese Stelle. Und insofern ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man hier oben auf diesem Hüftstachel, dieser Knochen, der so ein bisschen vorne vorsteht und da leicht darunter, da muss man diesen Muskel erwischen, der hier auf der Innenseite eines der größten Probleme am Knie überhaupt auslöst. Man kann diesen Muskel dann auch von der anderen Seite sich drücken. Dafür strecken wir das rechte Bein mal aus. Und dann sehen wir hier auf der anderen Seite, dass dieser Muskel, der kommt hier herunter. Und hier auf der Innenseite, da unter dem Knie, hier ist ungefähr der Kniegelenkspalt, das ist ja die Kniescheibe, da sehen wir, dass wir hier unten schmerzhafte Punkte haben. Und all diese schmerzhaften Punkte hier unten, die sollte man sich auch möglichst gut drücken, um diesen Muskel vorzubereiten, damit er eben die Dehnung wieder zulässt, die wir dann später machen. Das ist einfach hier unterhalb des Kniegelenks, auf der Innenseite, gibt es ganz schmerzhafte Stellen. Der Schmerz im Knie ist meistens aber etwas weiter oben. Der ist meistens hier etwa auf der Höhe, wo eben der Gelenkspalt ist und wo der Knorpel oder der Meniskus geschädigt sind. Natürlich ist es immer ratsam, einen Arzt aufzusuchen, einen Orthopäden, der das Knie auch mal anschaut, um einfach zu gucken, dass hier nicht ganz grob was kaputt ist. Insofern ist es natürlich ganz wichtig, hier den Rat des Arztes zu suchen, um eben zu schauen, wenn irgendein ganz großes Problem ist, ein eingeklemmter Meniskus, dann kann man sich das mit Übungen natürlich oft selber nicht wegtrainieren. So, dann bleiben wir direkt hier auf der Innenseite des Kniegelenkes. Hier laufen zwei Muskelgruppen entlang und zwar einmal der Vastus medialis, das ist der Muskel, der hier unten das Knie versorgt, der ist oft auch viel zu kurz und wir haben natürlich noch den Adduktor, der hier insgesamt bis oben zum Becken läuft. Und hier müssen wir auch gucken, dass wir auf der Innenseite des Kniegelenkes den ganzen Knochen entlangfahren, überall schmerzhafte Punkte suchen und dann auch entweder mit Druck durch unseren Daumen oder durch unseren Finger oder auch hier mit so einer Faszienrolle hier entlangfahren, um den Druck dort zu nehmen. So eine Faszienkugel oder Faszienrolle, die dient meines Erachtens nicht dazu, dass wir hier die Faszien behandeln, sondern wir müssen damit die Muskulatur vorbereiten, indem wir eben die Muskelansätze besonders bearbeiten, hier einen Druck auf, diesen Aufhängeapparat ausüben. Dadurch lässt dann der Muskel seine Spannung nach. Und das ist hier die ganze Oberschenkelinnenseite bis hoch in den Schritt, bis da, wo die Adduktoren ansetzen. Das kann jeder bei sich selber ertasten. Da wird es schmerzhafte Stellen geben. Genauso betrifft es auch den Vastus intermedius, der hier vorne läuft. Dieser Muskel hier vorne, der ist auch zu kurz, der setzt auch hier oben an. Da muss man hier den gesamten Knochen absuchen und wird hier überall schmerzhafte Stellen finden. Auch die kann man sich entweder wegdrücken oder mit so einer Rolle behandeln. Und genau das Gleiche ist auch hier für die Außenseite notwendig. Wenn die Muskulatur durch diese Dehnbarmachung sich wirklich dehnen lässt, bis auf ihre ursprüngliche, natürliche Länge, dann funktionieren die Dehnungsübungen wesentlich besser. Und du hast viel, viel besseren und schnelleren und anhaltenderen Erfolg, als wenn du einfach Kraftübungen oder sonst einfach Dehnungsübungen machst. Ganz wichtig ist hier die Vorbereitung der Muskulatur immer an dem jeweiligen Muskel, den du behandeln möchtest, an dessen Ansatz. Die Wadenmuskulatur selber, die kann man sich auch noch, vor allem den langen Wadencheck, kann man sich auch dadurch noch dehnbar machen, dass man hier an der Seite von beiden Seiten hineindrückt. Sarah, das können Sie auch mal machen. Einmal hier unten und auf der Seite mit den Daumen einfach da hinten an den Ansatz drücken. Das ist einfach hier hinten in der Kniekehle ein leichter Druck, den man nach vorne gibt. Für die Vorbereitung der hinteren Oberschenkelmuskulatur, das kann man sich durch selber drücken fast nicht erreichen. Dafür ist es am einfachsten, wenn man so eine Faszienrolle oder einen Ball nimmt und sich einfach so die Punkte, die auf der Rückseite des Oberschenkels liegen, ein wenig drückt. Wie gesagt, das dient nicht als eine Faszienbehandlung, sondern wir wollen hier die Muskelansätze vorbehandeln, damit der Muskel dehnbar wird. Wie Sarah zeigt das jetzt mal, einfach hier in die Kniekehle diese Faszienrolle hineinlegen und dann ganz langsam dort entlangfahren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dann natürlich unterhalb des Sitzbeines hier oben. Da würde ich dann ein bisschen länger drauf bleiben. Man kann natürlich das auch mit einer Faszienkugel machen, die wir einfach hier unter das Gesäß tun. Aber ganz wichtig, nicht im Bereich des Gesäßmuskels, sondern unterhalb des Sitzbeines. Das ist aber sehr, sehr schwierig, auch sich hier mit einer Selbstbehandlung zu helfen. Insofern ist es sehr, sehr hilfreich, vielleicht auch einen Therapeuten aufzusuchen, der einen diese Muskelansätze drücken kann. Da geht es wahrscheinlich dann besser, als wenn man das selber macht. Ja, die Muskulatur haben wir jetzt vorbereitet. Jetzt machen wir die Dehnungsübungen und wir fangen an wieder mit dem Vorder- und Oberschenkel. Einmal bitte auf den Bauch legen, Sarah. Dann einmal nach hinten greifen, Sarah. Das Bein so nach oben nehmen und den Fuß hier anziehen. Also diese Dehnung, die sollte man so für zwei bis drei Minuten halten. Und wer das intensivieren möchte, der kann natürlich zwischen diesen Dehnungen, ich würde das immer so 30 Sekunden dehnen, könnte man für 10 Sekunden zwischendurch auch das Knie mal strecken, aber nicht loslassen. Und hier richtig diesen Muskel mal ganz fester anspannen. Dann lässt er sich nämlich danach besser dehnen. Da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man einen Muskel noch dehnbarer macht. Da gibt es alles Mögliche, aber das wäre noch ein einfacher Ratschlag, den man so einfach mal befolgen könnte. So, das war die wichtige Übung hier für den Oberschenkel vorne und hat im Prinzip ja mehrere Muskeln auch umfasst. Das Zweite, was wir machen, dafür müssen wir bitte aufstehen, Sarah. Die nächste Übung ist für die innere Oberschenkelmuskulatur. Dafür mal am besten breitbeinig hinstellen, Sarah. So, und jetzt wollen wir die rechte Seite dehnen. Das heißt, hier gehen wir ein bisschen in die Hocke und dehnen hier schön die Innenseite hier unten des Oberschenkels. Das ist ganz wichtig, das merkt man dann auch, dass das hier richtig über das Knie hier runterzieht. Das ist ein sehr, sehr verkürzter Muskel oder eine sehr verkürzte Muskelgruppe. So, wer das noch ein bisschen intensivieren möchte, kann hier mit der anderen Hüftseite noch ein bisschen nach vorne gehen und dann einfach ein bisschen spielen, nach vorne oder nach hinten, um hier noch ein bisschen mehr Zug auf diese Seite zu bekommen. Hier würde ich auch wieder zwei bis drei Minuten halten und wenn man es intensivieren möchte, dann kann man einfach zwischendurch unten den Fuß ganz fest in den Boden drücken. Dadurch wird dieser Muskel hier angespannt und lässt danach sich noch besser dehnen, als wenn wir einfach nur statisch stehen. Die nächste Übung, die dehnt die Wade hinten. Das ist eine Wadenübung im Ausfallschritt. Sagen wir mal auf die Seite stellen, einen Ausfallschritt. Genau einen großen Schritt machen. Hier ist immer wichtig, dass der Fuß genau nach vorne zeigt und hier das Knie muss ganz gestreckt werden, dass wir hier die Wade ordentlich dehnen. Auch das hier wieder zwei bis drei Minuten halten und wer das wieder intensivieren möchte, der kann zwischendurch seine Füße runter in die Matte drücken. Die letzte Übung, die betrifft die Oberschenkelrückseite und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn wir das machen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ich sage, einfach mal gerade hinstellen und so vorne runter auf den Boden gehen und dann kommt es hier hinten zu einem deutlichen Zug. Das kann man so zwei, drei Minuten halten. Das wäre eine Möglichkeit. Oder was natürlich auch geht, nochmal aufstehen. Wer so die Möglichkeit hat, wie wir hier mit so einem niedrigen Fensterbrett, kann einfach ein Bein hier auf das Fensterbrett legen und dann hier die Rückseite dehnen und man kann dann auch so nach vorne gehen. Das Ganze kann man aber auch natürlich auf dem Boden, auf der Matte machen. Sarah einmal so hinsitzen, die Beine beide nach vorne strecken und dann einfach mal hier vorne nach vorne und dann hier die Knie zur Intensivierung feste im Boden drücken. Auch das zwei, drei Minuten halten. Das waren die wichtigen Übungen für den Knieschmerz. Ganz wichtig ist, dass wir die Muskulatur, Sarah, danke sehr, dass wir die Muskulatur vorher vorbereitet haben. Das ist ganz, ganz entscheidend, denn erst das macht die Muskulatur richtig, dehnbar und führt dazu, dass sie ihren ursprünglichen Zustand, die ursprüngliche Geschmeidigkeit und Länge wieder erreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch an die Sarah für die tolle Unterstützung. Das waren wichtige Knieübungen. Und eben, wenn du Fragen hast, schreib sie bitte in die Kommentare hinein. Ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben dalässt, den Kanal abonnierst und wir uns wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.